Ja, der Nico versuchte schon die ganze Zeit hier Schafe und Rinder zu jagen. Der hat Hunger, der Junge. Muss ja auch groß und stark werden, das klappt nicht. Deswegen sind wir jetzt hier zu den Ferryglanz gefahren. Hier soll es Feen geben. Schmecken glaube ich auch ganz gut. Rosparin, Thymian, wird das was. Schöne Aussicht. Genießt es.